Einfach mit Abstand die krasses, krass geschnitten produziertesten Videos und alles mögliche, ich find's richtig geil. So, Dilli, ich muss demnächst los, weil ich auf jeden Fall noch einen Snack nehme, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt zum Ende noch eine kleine Q&A-Geschichte, Freunde. Einfach ein paar Fragen, die ich aktuell hier ein bisschen auf der Seele brenne, ich werd ein bisschen auf den Chat eingehen, wenn euch was interessiert, wie ihr Bock habt. Wann kommt die erste Folge von Seven Rose Wild? Weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau, es wird im November wieder losgehen, aber wann, kann ich euch nicht genau sagen. Hast du schon von den Anwälten von Kieling gehört wegen deinem Statement? Bisher noch nicht, aber ich hab jetzt auch weder meine E-Mails noch meine Post gecheckt, wenn ich ehrlich bin. Hat Otto eigentlich reagiert auf die gestohlenen Füße von Martin? Naja, es sind ja nicht nur die gestohlenen Füße, wenn ihr euch das mal in Ruhe angeguckt hättet, ist es der gestohlene Körper komplett, also da ist nur der Kopf von Otto drauf gesetzt. Ähm, ja, er hat glaube ich mit einem lachenden Smiley drauf reagiert und meinte so, der Gemeinicke ist zurück oder so. Ähm, mhm, 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 machst du irgendwann mal so ein Fantreffen? Ne, ist nicht geplant, tatsächlich. Ich treffe tagtäglich so viele Leute und mach Fotos und sonst was, da bin ich froh, wenn ich mal meine Ruhe habe, dass ich jetzt da auch noch anfange, noch ein spezielles Fantreffen zu machen. Wir haben so viel gemacht in den letzten Jahren, so, äh, von, ich war auf der Gamescom und hab gefühlt 500 Fotos gemacht, bis hin zu letztes Jahr die Seven Wars Wild Party für die Community und so weiter. Also es gab schon sehr, sehr viel, ähm, aber es ist jetzt grad kein klassisches Fantreffen geplant, das, ja. Spielt's auch Call of Duty? Nein, ich spiel aktuell eigentlich nur Tarkov. Otto hat sich in einer Story bei Insta entschuldigt. Ja, alles gut, ich, es ist weder mein Video noch sonst was, ich hab's halt nur gesehen, äh, weil ich so ein bisschen Videos durchgeguckt habe und dachte mir so, aha! Ja, ja, ich hab meine geile Mittel, das können wir hier aber auch mal, äh, öffentlich zeigen, was hier los ist, ähm, aber ist ja nicht mein Video, ist ja auch nicht mein Körper, sind nicht meine Füße, also alles gut. Und, äh, ich hab's aber auch nicht mitbekommen, weil ich, ähm, keine, kein Instagram konsumiere, weder Fotos noch Beiträge noch Storys, ich, äh, konsumiere gar nichts in die Richtung. Ich konsumiere gerade auch generell Social Media mäßig quasi gar nichts, also weder Instagram noch TikTok noch groß YouTube. Das einzige, was ich gerade aktuell konsumiere, sind Videos, die mich persönlich interessieren, die in die Outdoor-Richtung gehen, die ich hier mit euch gemeinsam im Stream gucke. Äh, nee, aber sonst gönne ich nichts, also ich gucke auch keine Storys oder sowas. Wann kommt was Neues auf dem Hauptkanal? Ähm, ich bin gerade dabei, die ganzen D-Max Discovery, äh, Folgen, äh, mit André gemeinsam ready zu machen, wir haben morgen auch nochmal einen Termin, wo wir wieder Voice-Over zusammen aufnehmen. Die ersten Folgen sind jetzt auch grob fertig geschnitten, die sind jetzt zur Abnahme bereit, werde ich mir morgen reinziehen. Und, äh, ich denke mal so in, weiß ich nicht, vielleicht in einem Monat oder so könnte da mal die erste Folge kommen, je nachdem wie, wie, äh, schnell das vorangeht. Aber das ist das, was quasi als nächstes auf meinem Hauptkanal kommen wird, das sind die ganzen Folgen und das werden wahrscheinlich so irgendwas ganz grob zwischen zwölf, vierzehn, vielleicht sowas Folgen sein. Genau, und die sind ja weltweit entstanden, von Mauritanien in der Wüste, über Grönland in der Eislandschaft, bis hin zu Papua im Dschungel, äh, Französisch-Goyana, Argentinien, Südafrika und alles. Genau, und ganz wichtig, die sind natürlich auch anders, ein bisschen anders geschnitten und auch mit eigenem Voice-Over, also die sind nicht, nicht in der Fassung, wie sie, ähm, jetzt bei Discovery und D-Max liefen. Kommen irgendwann mal wieder Airsoft-Videos? Nein, sind nicht geplant. Also ich spiele Airsoft, ich spiele auch im nächsten Monat, haben wir wieder einen Termin, wo wir uns alle treffen, aber da gibt's keine Videos davon. Äh, was steht bei dir an? Erstmal nur Streams in nächster Zeit oder bald wieder auf Reisen? Ähm, ne, Reisentechnisch bin ich erstmal gesättigt für dieses Jahr, sag ich euch ganz ehrlich. Ich war die letzten anderthalb Jahre, gefühlt die Hälfte der Zeit, nur komplett weltweit im Ausland. Ähm, es stehen auf jeden Fall Streams an, ähm, ich hab auch einiges privat, äh, zu erledigen, zu tun, ähm, worauf ich mich aber sehr, sehr freue. Und genau, ich will ein bisschen an meinem Gaming-Kanal, äh, arbeiten, weil ich da irgendwie Spaß dran habe, einfach Videos ein bisschen dafür schneiden, wenn coole Sachen entstehen. Kleine Werbung an der Stelle, wer da gerne vorbeischauen will und sehen, wen das interessiert, einfach Game, Ausrufezeichen Gaming hier in den Chat eingeben. Und genau, hab jetzt einfach mal so ein Video geschnitten, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, so ein kleines Talk-Off-Video auch mal zu machen. Ähm, ist für mich aber genauso wie Twitch eine reine Spielwiese. Ich hab gesagt, ich mach erstmal so zehn Videos, ich guck mal, wie mir das gefällt, ob ich da Spaß dran habe und so weiter. Und dann, ähm, genau, guck ich mal weiter. Ja, aber ob ich, keine Ahnung, ob es denen jetzt dann Ewigkeiten gibt. Das ist einfach so eine Sache, die ich mal ausprobieren will als kleine, kleine Abwechslung. Ist, glaub ich, auch noch gar nicht monetarisiert. Also klar, wenn das verfügbar ist, werde ich es anklicken, warum nicht? Aber ist definitiv nicht der, also ganz wichtig, es ist überhaupt nicht der Hintergrund, dass ich jetzt diesen Gaming-Kanal gemacht habe, um mir irgendwie, äh, da das Ding krass zu monetarisieren. Klar, schalte ich das an, wenn es möglich ist, warum nicht? Ähm, aber ist nicht der Plan dahinter, ja. Wie läuft's bei dem Bogenschießtraining? Hast du da was Größeres vor? Hm, nee, was Größeres hab ich da nicht vor. Ich hab da einfach Spaß dran. Ähm, und kann mir auch vorstellen, demnächst mal wieder schießen zu gehen. Ähm, genau, hab ja alles da und werd das sicherlich auch hier und da mal wieder machen und euch bei Instagram oder so mal mitnehmen. Gibt es einen Lieblings-YouTuber im deutschsprachigen Raum? Ähm, ja, gibt ein paar. Also, für mich ganz oben ganz klar Dave. Einfach mit Abstand, äh, die, die krass ist, krass geschnitten, produziertesten Videos und alles mögliche. Ich find's richtig geil. Ähm, Tomatolix mag ich sehr, äh, von dem, wie ihr die Videos macht, wie ihr sie aufbereitet. Einfach, da ist richtig Content drin. Das ist nicht so mal hier mal schnell, schnell, sondern, ja, mh, das, das ist richtig geil. Also, die beiden fallen mir sofort ein. Ähm, ja, und da gibt's halt diverse Outdoor-Kanäle, wo es immer mal wieder Videos gibt, die mich interessieren. Manche aber auch wieder nicht. Ja, genau, aber das, im Endeffekt habt ihr, glaub ich, einen ganz guten Schnitt von dem, was ich halt mir angucke in den Streams. Das ist so das, was ich an, an Videos gern gucke und die Creator, die ich verfolge. Hast du schon Ideen für das neue Streaming-Zimmer? Nein, noch überhaupt gar nicht. Äh, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Sonst noch, irgendwelche Fragen, die euch auf dem Herzen liegen? Hast du vielleicht mal vor, Sons of Forest zu spielen? Äh, aktuell nicht. Ich kann's mir vorstellen, dass irgendwann mal der Vibe aufkommt, aber ich bin grad eher wieder ein bisschen dabei, Tarkov, ähm, reinzugrinden. Äh, hast du nach deinen vielen Reisen eine Lieblingsregion auf der Welt? Wo hat es dir am besten gefallen? Das ist super schwer zu sagen, weil es kommt auf jeden Fall ja darauf an, was du machen willst, ne? Ähm, was mir auf jeden Fall krass gefallen hat und in Erinnerung geblieben ist, aber das hat jetzt überhaupt nichts mit Abenteuerreise zu tun, überhaupt nicht, ist halt, äh, es sind halt Malediven. Malediven ist schon, ist schon ein Träumchen für sich. Äh, sehr schöne Zeit da gehabt. Ja, ist schwer zu sagen. Ich bin aktuell grad tatsächlich, was dieses ganze Reisethema, äh, Auslandsabenteuer angeht, äh, stark gesättigt, weil ich einfach sehr viel in den letzten Jahren gesehen und gemacht habe und auch in einem, in einem Pace, äh, der mir im Nachhinein einfach ein bisschen zu schnell war. Das muss man auch erstmal alles sacken lassen und verarbeiten lassen. Und damit sich auch erstmal wieder so ein bisschen Bock darauf aufbaut, ähm, ja. Hast du einen Motivations-Coaching-Persönlichkeitsentwicklung-Tipp-Buch-Videos-ETC? Ähm, ich glaube, was ich empfehlen kann, ist von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Das ist ganz cool. Hier, ich glaube, das Ding ist das. Das habe ich damals mal gelegt, Gesetze der Gewinner, so werden ihre Träume wahr. Ähm, das kann ich auf jeden Fall. Empfehlen, das habe ich damals gelesen, verschiedene andere Bücher. Aber das Wichtige ist, ihr müsst das, also, wenn ihr jetzt in so eine Richtung geht, ihr dürft nicht denken, ich hole mir jetzt dieses Buch, dann lese ich dieses Buch einmal durch und dann ändert sich mein Leben. Das ist völliger Quatsch, ne? Sondern das ist quasi ein Leitfaden. Also, im Endeffekt müsst ihr das so ein bisschen so sehen, euer Kopf, euer Gehirn ist wie so eine PC-Software und dieses Buch hilft euch dabei, vielleicht den einen oder anderen Bug aus eurem Kopf rauszukriegen. Die Software, ein kleines Update dieser Software zu geben. Ähm, so müsst ihr das sehen, ne? Ihr müsst alle Sachen trotzdem selber machen. Ihr müsst alle Entscheidungen selber treffen und richtige Entscheidungen und so weiter. Aber solche Sachen helfen euch dabei, manche Dinge ein bisschen besser zu verstehen. Auch ein bisschen die Psychologie hinter, äh, hinter Verhaltensmustern von einem selbst zu verstehen. Und eine Sache, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, generell bei solchen Büchern, Seminaren und alles in die Richtung. Ähm, lest das nicht einfach durch und fertig, sondern seht das Ganze als eine Art, ähm, ja, Arbeitsheft an. Nehmt euch meinetwegen pro Tag ein Kapitel und arbeitet das durch. Lest das einmal, lest das ein zweites Mal, macht euch Notizen, äh, lest das meinetwegen ein drittes Mal und fangt an, Sachen zu reflektieren. Denkt drüber nach, wie mache ich das gerade, was kann ich da verbessern, was kann ich anwenden, habe ich das schon angewandt. Also ihr müsst es durcharbeiten, das ist super, super wichtig. Ja, ihr müsst euch daraufhin Notizen machen, ihr müsst euch daraufhin irgendwie eure To-dos neu strukturieren. Und ihr müsst auch vielleicht mal nach zwei Wochen reflektieren, wieder zurückblicken bei diesem Kapitel, wie hat sich das verändert, habe ich Sachen anders gemacht, war das gut, war das schlecht. Ich glaube, das ist der größte Fehler von vielen, die einfach sagen, okay, ich schnappe mir so Bücher, Seminare und fange an, einfach alles zu lesen, zu lesen, konsumieren, konsumieren. Aber das bringt nichts, du musst in die Aktion reinkommen. Aber ich will das Thema jetzt nicht zu, zu groß ausschweifen, aber das ist super wichtig. Planst du noch ein Buch rauszubringen? Nein, auf gar keinen Fall. Hattest du nochmal, ich habe zig Anfragen und von allen Verlegenen bekommen und ständig wollen alle Leute mit mir irgendwie ein Buch machen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hattest du mal die Idee, ein Tippbuch für Outdoor-Botschaft zu erstellen? Ja, ich weiß, da gibt es noch so ein theoretisch offenes Projekt, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin aktuell in so einer ganz, ganz anderen Phase irgendwie, wo ich, weiß ich nicht. Ich bin in einer Phase, wo ich gerade einfach alles mal so ein bisschen sacken lassen muss und wo ich einfach mal ein bisschen Bock auf so gewisse, nicht Basics habe, aber ich habe gerade einfach Bock, wieder öfter zu streamen, mich um meinen Körper Sport zu kümmern, mich um auch private Sachen zu kümmern, die nichts damit zu tun haben, Familie, Freundeskreis, all diese Geschichten. Ich habe Bock, ein bisschen mit euch zu daddeln, ein bisschen Tarkov zu spielen, sicherlich auch mal das ein oder andere Outdoor-Ding zu planen und auch mal wieder ein Projekt zu machen, was aber in der Solo-Richtung geht. Ich habe in den letzten Jahren sicherlich super, super viel gemacht. Ich war, keine Ahnung, hatte zwei TV-Serien über D-Max Discovery, History Channel. Wir haben Seven Wurfs Wide als Riesenprojekt irgendwie, wahrscheinlich, keine Ahnung, deutschsprachig, europaweit größte Serie auf YouTube produziert und alles mögliche gemacht. Ich habe zig Interviews, Interview-Marathons und Podcasts und alles. Ich bin gerade dabei, das alles komplett runterzufahren und mich wieder ein bisschen auf mich selbst zu konzentrieren. Ich habe in den letzten Jahren einen super Sprint, Marathon-Sprint hingelegt. Das war auch schön und es war auch gut und es ist Teil meiner ganzen Reise, aber es ist für mich gerade ein bisschen Zeit, Sachen zu verändern. So, das merke ich. Das hat sich in den letzten Jahren so angebahnt von mir einfach. Genau. Und das heißt nicht, dass es falsch steht. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich aus dem Social-Media-Bereich zurückziehen will. Überhaupt nicht. Ich habe da immer noch Spaß dran. Sondern ich habe einfach Bock drauf, zu 100% das zu machen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich Bock habe zu streamen und da acht Stunden lang in Tarkov rumrenne und einen Lootrun mache, dann ist es das. Ganz einfach. Würdest du sagen, dass du finanziell unabhängig bist? Absolut. Ich bin absolut finanziell unabhängig. Das ist das, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, worüber ich sehr dankbar bin. Wo ich aber auch sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Und natürlich habe ich mir dadurch auch dieses Privileg erarbeitet, das jetzt zu machen. Im Sinne von, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe. Deswegen, das ist auch, es gibt Phasen im Leben, die kann man auch mal sprinten, da kann man auch mal durchknüppeln. Und kann man auch mal sich ein bisschen, ja nicht überarbeiten, aber einfach mal Kopf ausmachen. So, ich ziehe das jetzt durch. Aber halt nur bis zu einem gewissen Rahmen. Und ja, ich habe Bock einfach mit euch das zu teilen, worauf ich Lust habe. Auch das Thema Sport und so, da habe ich wieder Bock drauf. Ich habe jetzt in den letzten Monaten öfter privates Boxtraining gehabt. Da will ich jetzt wieder reingehen. Ich habe dann auch Bock, parallel wieder am normalen Training miteinander teilzunehmen, weil ich da meine Basics kann. Das hat auch nichts mit Social Media zu tun. Das hat nichts mit irgendwie neuen Formaten zu tun. Sonst ist es einfach für mich so, klar, die eine oder andere Sache teile ich mal mit euch. Und da gibt es so eine Story, dass ich irgendwie trainieren war. Aber ja, das ist einfach eine Sache für mich, auf die ich Bock habe. Und nicht jetzt irgendwie, ich will da irgendeinen Boxkampf machen. Ich will nicht bei irgendeinem komischen Box-Event irgendwie, also nee, falsch verstanden. Ich will nicht in den Ring oder sowas. Ich will da keine Videoserie draus machen, das ist einfach für mich. Trimax hat bald ein Box-Event, bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob es da schon ein Announcement für gab, wann genau das ist. Und vor allem, wer kämpft, würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Also ich bin ja auch bei der ein oder anderen MMA-Veranstaltung jetzt hier auch immer wieder in Deutschland. Ich bin auch bei Octagon jetzt demnächst auf einer Veranstaltung, also als Zuschauer einfach. Ja, da habe ich Spaß dran, das gucke ich mir gerne an. Ich finde, das ist ziemlich mit der heftigste Sport, den du machen kannst. Ist natürlich alles nur eine persönliche Einschätzung, aber ich habe sehr, sehr großen Respekt vor diesen Menschen, die da in den Ring oder in den Käfig gehen. Ich meine, die da in die Wirklichkeit Vielen Dank.